Spuren. Ich muss zurück zur Bad Höhle und das Gegenmittel entwickeln. Oh, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Krok? Er wird kein Problem sein. Na, Krokko, Alter? Böse, Herr Krokko. Das sagtest du bereits. Geh mal zum Arzt und wiederhol's dich. Hau ab! Die Frage ist nur, wie hat Batman ihn sonst besiegt? Ich glaub nicht, dass Batman dieses Halsband oben hat. Ja, ja. Viel Glück dabei. So, tschüss. Wo ist denn jetzt große, böse Krokko? Wir sind hier die ganze Zeit unter Wasser. Und schummeln. So. Jetzt kann er auch wieder unter Wasser gehen. Ist mir egal. Ich würde trotzdem wissen, was er mit Scarecrow gemacht hat. Und dann wundert sich Krokko, wenn ihn keiner mehr besuchen kommt. So, was hast du jetzt davon? Jetzt kann dich keiner mehr besuchen. Ganz wie du meinst. Tschüssi. Tschüssi. Ich werde das tun. Ja, ja. Krokko, tschüss. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ja, ich hab ein Upgrade. Nach erreichen einer 5-fachen statt einer 8-fachen Kombo können spezielle Kombo-Moves eingesetzt werden. Nehmen wir. Ja, Killer Krok ist nicht für sein Hirn bekannt. Da hast du recht. Aber hier ist er zumindest übertrieben stark. Wenn man so mal sieht, wie er bei Suicide Squad dargestellt wurde. Ich meine, er ist ja auch stark. Aber wer ist ja nicht wirklich Killer Krok. Musste ich hier überhaupt lang? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Yay! Sorry, wusste ich, wie ich anders darüber kommen soll. Ja, dann nehmen wir mal in die Richtung, ne? Gut, ich laufe jetzt wirklich in die richtige Richtung. Aber seit wann gehen denn die Schurken auf sich gegenseitig los? Krok kann doch nicht einfach auf Scarecrow losgehen. Da hab ich kein Verständnis für. Kann ich nicht dort rüber? Doch, ne? Easy peasy. Ja, weg mit dem Joker-Zähnchen. Hallo? Schick haben die es hier. Gut, ist er hier lang, dann gehe ich hier lang. Nee, ist nicht da unten. Joker sagt, die Fledermaus hat da unten einen Lagerraum oder eine Höhle oder sowas. Die Fledermaus! Hey! Du bist tot, Batman! Ich mag Hackfleisch aus dir! Ich hatte vorhin genug Hackfleisch. Genau, dem will ich auch. Fangen selber, Alter! Ja, der hat die Knarre aufgesammelt, die Drecksau. Komm her! Oh, ich hab's heute nicht mehr im Kombus abwehren, ne? Aua! So, jetzt wird ich aber abgewährt. Ich mag Hackfleisch aus dir! Ich meine, ich war da schon im Tritt. Da! Was ist da los? Ich glaube, du hast es gespürt. Die Pflanzen spielen verrückt. Ich sehe seistische Ausschläge überall. Das ist nicht gut. Okay, ich hab die Proben. Ich gehe jetzt zur Betthöhle, um das Gegenmittel herzustellen. Ja, mach das mal. Wir raten dich zu beeilen, aber ich bin sicher, du weißt, was du tust. Melde dich in der Höhle, wenn du was brauchst. Mein Capers zu kriegen ist immer noch kaputt. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv, Dunkler Riker. Wenn du so weiter machst, darfst du mir helfen, was zu finden. Nein, 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 nein! So geht das nicht mehr. Ja, finde ich nicht in Ordnung. Schau mal, weißt du, er hat ja keinen Ersatzanzug im Bettmobil. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ja. Scannen und öffnen. Scannen und öffnen. Auch so eine super geheime Geheimtür. Wir sind wie in einer Betthöhle. So, was haben wir denn hier schon? Wie dicht bist du an der Entdeckung der Heilung? Nah dran. Es ist schwieriger, als ich dachte. Das Verfahren ist langsam schwierig und es produziert kaum Gegenmittel. Und die guten Nachrichten? Die Chemikalie wird Ivy sicher aufhalten. Sie könnte auch die Titanverwandlung umkehren. Oh, ich blute! Ich muss noch einige Tests durchführen, um sicher zu sein. Der Computer soll noch mehr durchführen, aber ich muss jetzt raus und Ivy suchen. Gott sei Dank, Ihre Pflanzen haben den Gotham River erreicht. Und auch noch was ganz anderes. Batman! Bruce, ist alles okay? Oh, ne, wie einfach meine Betthöhle zerstört. So, zackt! Ah, kriege ich neues Spielzeug? So, bauen wir das mal alles schön zusammen, so. Was ist denn das? Ultra-Badclaw, upgrade der Badclaw, kann drei Haken auf einmal abfeuern. Zusätzliche Befestigungspunkte erlauben ist, aus der Entfernung Strukt-Schwächen in der Bausubstanz einzureißen. Aha! Warum hat er den nicht gleich mitgenommen? Er war doch vorhin schon in der Betthöhle. Aber naja, das ist... Erinnere, dass Poison Ivy die Haken sind zerstört. So, wo gehen wir denn jetzt hin lang? Oh! Redclaw, so. Ah, jetzt kann ich einfach so die Wand einreißen. Okay. Komm schon! Wandstück! Das war schlau? Ja, ja, der Joker ist jetzt gleich dran. Aber ich hoffe ja auch noch, dass Clayface... Alter, war ohne... Das muss Clayface gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das Gift vom... Dings gewesen ist. Von Scarecrow. Ich mache meine Meinung, den Getränkhof habe ich mal wieder vergessen. Oh, warte mal. Dann machen wir mal noch den Greenscreen wieder ordentlich. Ich denke ja hier schon wieder auf halb acht. Dann dieser Kabelsalat hier, ne? Schaffe ich es da so rüber zu fliegen? Ich habe es aber bemerkt und es stört mich. Nö, 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 nö. Schauen wir mal richtig smooth da rüber. Ich denke mal. Ne, mich triggert sowas irgendwie. Wenn ich sowas sehe. Wie wär da? Ist denn was? Nö. Guck noch. So, Stück für Stück gehen wir jetzt da hoch. Ja. Von da hinten kam ich doch, oder? Oder soll ich da wirklich lang? Also ist ja jetzt zumindest keinen anderen Weg. Also nehmen wir den Weg da einfach mal. Ja. Hallo? Ohoho. 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 sind wir wieder hier jetzt immer noch k.o. der typ das ist gut zu wissen ich müsste mal hier lang er kann diese dinge auch nicht austricksen das kann man auch machen ich bin an der einmündung der hauptabwasserrohr und sie scheinen titan verseucht zu sein wieso was macht er jetzt ich sehe mal nach oh